Eine einmalige Ansammlung von dezidierten Charakteren, mit denen es eine riesengroße Freude ist, unterwegs zu sein. Diese Tour ist sehr lange vorbereitet worden, was man hier vielleicht hier und da anmerkt, vielleicht hier und da auch nicht. Wir haben uns auf jeden Fall sehr, sehr viel, ja, uns sehr darauf gefreut, hier heute Abend sein zu können. Und jetzt machen wir auch dann noch weiter. Danke. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.